Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Milonair GTA. Das Akronym GTA steht für Gangster ticken anders. Ein Albumtitel, der bei dem Hamburger mit iranischen Wurzeln durchaus passend ist. Im Dezember 2012 trat Milonair bei Haftbefehls Remix von Chabos wissen wer der Babo ist, erstmals in Erscheinung. 2014 und 2016 folgten dann mit AMG und Milo Minati seine ersten beiden Alben. Jetzt ist es an der Zeit für Soloalbum Nummer 3. GTA kommt mit 17 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Chazes, Haftbefehl, Capital Bra und Bones. Das Album kommt über Blog Panorama und erscheint als CD und auch als Box. Joni Randale. Im Februar 2017 erschien das erste Album von Joni. Neben seiner Musikkarriere ist er auch als Film- und Theaterschauspieler tätig. Sein neues Album Randale kommt mit 12 Tracks und beinhaltet Features von Namika, Luciano und UFO361. Das Album kommt über Für Dich Mama und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren, schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.